Guten Morgen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer heute ist Dienstag der 11. September und ich heiße sie ganz ganz herzlich willkommen hier zu unseren heutigen Handelsideen präsentiert von TIGMA, ihrem Broker für Forex Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährung Nuttgar und Sascha einen schönen guten Morgen von meiner Seite und auch alle die hier live zuschauen einen guten Tag Olaf hallo alle auch hier die zuschauen meine Einladung wie immer guten Morgen Alexander Einladung dazu wenn sie Lust haben mal den ein oder anderen Chart besprechen zu lassen dann scheuen sie sich nicht einfach hier in Facebook das Kürzel eingeben und danach geht das ganze hier direkt mit rein Elena auch dir einen schönen guten Morgen und damit ja freue ich mich dass wir wieder live Zuschauer hier haben die direkt auch im Webinar dem Ganzen hier folgen und die ein oder andere Idee vielleicht sogar für ihr Trading hier direkt bei TIGMA mit umsetzen können Ali einen schönen guten Morgen apropos Umsetzen von Trading Ideen ich hatte ja gesagt wir haben ja immer wieder neue live Zuschauer deswegen zeige ich das hier an dieser Stelle auch immer mal wenn sie Informationen zu diesen Handelsideen haben möchten dann gehen sie ruhig auf die Website von TIGMA. Zum einen sehen sie hier immer live aktuell eingeblendet die Spreads schauen sie sich das an beim Euro US Dollar quasi gerade ein Spread von 0,1 hier haben wir 0,0 also wirklich sehr sehr gut und wenn sie den Blog lesen möchten dann klicken sie einfach auf Blog und dann sehen sie hier entsprechend immer auch die Handelsideen unabhängig von irgendwelchen anderen Quellen hier an dieser Stelle auf der Website von TIGMA finden sie alles was sie dazu brauchen sie finden auch am Ende dieser Ideen immer noch das Video zum aktuellen Webinar beziehungsweise unser Video Archiv was wir hier haben das können wir ihnen hier beziehungsweise stellen wir ihnen hier direkt natürlich zur Verfügung damit sie alle Videos auch noch einmal nachschauen können weil das ist natürlich interessant hier um die Sache für sie auch transparent und anschaulich zu machen gut also ich sehe gerade der Sascha schreibt wir könnten mal wieder auf den Bitcoin schauen machen wir nehmen wir gleich einfach mal mit rein in die Besprechung für heute da hat sich ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer einiges getan der Markt ist ja sehr sehr schwankungsbreit und lässt für den ein oder anderen Trader hier doch auch gute Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu dann gehen wir einfach mal ins Trading hinein der Risikohinweis darf hier an dieser Stelle nicht fehlen der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren und damit in die Tagesnachrichten rein ich hatte das auch in der Blog zusammenfassung schon geschrieben der Montag ist recht freundlich gestartet es gab hier bei den meisten Aktienindizes Plus Zeichen das ist sehr sehr schön der Nikkei hat das ganze über Nacht auch mitgenommen ist also auch positiv in den Dienstag hinein gekommen interessant ist was wir diese Woche noch alles erwarten können sie sehen heute der der ZDW Konjunkturindex steht um 11 Uhr auf der auf der Uhr dann bekommen wir aus den USA noch Nachrichten zum Thema bzw. die das Thema Inflation mit befeuern können und zusätzlich noch am Donnerstag die EZB Ratssitzung mit dem Zinsentscheid ich denke da wird nicht die passieren aber natürlich die Presse Konferenz da gibt es immer wieder Statements die dazu in der Lage sind das ganze hier zu beleuchten letzte Woche gab es am Freitag ja auch die New Farm Payrolls also die aktuellen Daten von dieser Seite und wir haben das ja im ersten oder im zweiten Quartal glaube ich auch schon mal gemacht in einem Monat wir gehen einfach mal auf diese NFPS ein das mache ich am Freitag das bereite ich für sie wieder auf und da schauen wir einfach mal was hier sozusagen gerade sag ich mal an Zahlen da ist was diese Zahlen auch für die Zukunft bedeuten können was die für die Zinsen bedeuten können all diese Informationen die stecken ja da drinnen und die Zentralbank also die FED ist ja mit ihrer Tagung immer zwei Wochen später dran nach diesen Zahlen weil sie einfach diese Zahlen braucht um die Lage ordentlich zu beurteilen und ihre Strategien entsprechend auch auszubauen also das mal sehen was da alles noch in dieser Woche auf uns zukommt auf alle Fälle spannend zu sehen wie und wo die Märkte jetzt entsprechend reagiert haben und nun damit zu den Tagesnachrichten für heute wir bekommen wie ich das schon avisiert habe gerade um 11 Uhr den ZEW Konjunktur beziehungsweise die ZEW Konjunkturerwartungen für Deutschland das gibt es hier und im Rahmen dieser Daten gibt es natürlich noch ein paar mehr Sachen ZEW Einschätzung der aktuellen Lage und auch die entsprechenden Erwartungshaltungen also all das gibt es hier um 11 Uhr am Nachmittag gibt es aus den USA nochmal das Thema Jobs hier die JOLZ Stellenangebote auch das kann Impact auf die Märkte haben was wir hier auch genannt bekommen ich gehe jetzt nicht davon aus dass wir hier böse böse Überraschungen erleben aber man weiß ja nie aus diesem Grund immer solche Ereignisse mit auf der Uhr haben weil es gibt auch mal die Möglichkeit eines Sellern Good News das ist alles hier im Bereich des Machbaren gut damit also in die heutigen Ideen rein was habe ich für sie vorbereitet wir haben vorbereitet heute zwei Indizes und zwar ist es der Nikkei der Nasdaq 100 und eine Währung und zwar den Neuseeland Dollar japanischer Yen und damit gleich rein in die Charts für all diejenigen die gestern nicht dabei waren bitte nicht verwundert die Augen reiben jetzt steht hier nicht mehr Meta Trader 4 sondern ich benutze hier um Ihnen mal die Software auch ein bisschen näher zu bringen aktuell den Stereo Trader für die Präsentationen ist ein feines Tool zum Traden er hat ein paar andere sag ich mal Merkmale als der Meta Trader und wir wollen ja hier mit den verschiedenen Software Varianten auch verschiedene Trader Typen auch ansprechen von der Seite her sehen wir uns das ganze hier mal über den Stereo Trader an der Chart bleibt aber der gleiche weil ein Tick ist ein Tick und damit ist das ganze auch so wie es sein soll gut also was haben wir hier momentan da wir haben hier den Chart vom US Tech ich sehe gerade hier steht Euro US Dollar hinten drin das muss ich mal mit dem Dirk besprechen da wir hier ein falsches Kürzel im Hintergrund stehen haben gut also was wir hier haben ist der Nasdaq 100 das Kürzel ist der US Tech hier bei Tickmill und damit sehen wir einen schönen aufwärtslaufenden Markt und sehr sehr interessant ist folgendes ist die Verhaltensweise hier im Zusammenhang mit dieser eingeblendeten Linie des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Tage also der SMA 50 ist wirklich der einfache Durchschnitt den ich hier genommen habe und schauen sie wir haben hier diese aufwärts steigende Trendlinie und da ist es jetzt interessant was hier passiert wenn wir uns diesen Trendverlauf anschauen wir hatten die letzten Berührungen hier in diesem Jahr auch schon ein paar mal gehabt wo der Markt einfach an diese Linie herangelaufen ist und dann wieder die Stärke gefunden hat nach oben zu gehen und das ist jetzt interessant zu sehen schauen sie wir haben jetzt hier zumindest im Tagesschat mal eine schöne Korrektur nach unten gehabt wir sind an die SMA 50 herangelaufen und stoßen jetzt hier oben nach oben hin ab das ist interessant weil das wieder ein Zeichen ist Handel aus der tiefen Korrektur in Trend Richtung die Wirtschaftsdaten in den USA sind ja stark so dass wir hier zumindest mal die gute Chance haben dass dieser Markt auch nach oben läuft ob das jetzt nachhaltig wird das weiß an dieser Stelle natürlich keiner aber wir hatten gestern zumindest mal einen erfolgreichen Abprall hier am Freitag gab es ja schon den Peak dran und dann lief der Markt so ein bisschen hoch gab aber sag ich mal einen tieferen Schlusskurs jetzt sind wir hier wieder auf dem Weg Stück für Stück nach oben und wenn das hier so weiter geht wenn das ganze initial fortgesetzt wird dann haben wir erst einmal wirklich die Möglichkeit hier in diesen Widerstandsbereich jetzt um die 7516 Punkte Marke rein zu laufen und danach schauen sie kurz drüber haben wir hier schon das nächste hoch bei 7540 Punkten auf dem Weg hier nach oben Anlaufpunkt wenn sich dieser Trend fortsetzt ist natürlich erst einmal dieses hoch hier bei 7686 Punkten und sie sehen auch ich habe das für sie mal markiert auf dem Weg dorthin liegt noch ein zweites Tageshoch auf der Oberseite bei 7639 Zählern 7639 Punkte sind das hier an dieser Stelle bevor es dann hier oben auch mit reingeht also interessant was hier zu sehen ist kleine Information noch für die Unterseite wir schauen ja immer beide Seiten an weil es kann ja alles anders kommen als wir das hier jetzt an erster Stelle besprechen es gibt natürlich auch die Möglichkeit dass der Markt weiter nach unten läuft ein Bruch dieser Konstellation hier SMA 50 beziehungsweise diese Aufwärtstrendlinie hier an dieser Stelle würde erst einmal bedeuten wir hätten schon die Möglichkeit hier unten in dieses Support um die knapp 7300 Punkte beziehungsweise dann hier dieses Trend Tief was wir haben in diesem Aufwärtstrend hier war das das Korrekturtief dieser letzten Bewegung nach oben das sind die 7155 Punkte das steht mal auf der Unterseite da kann der Index auch ohne weiteres reinlaufen das wäre möglicherweise sogar gesund wenn wir noch etwas tiefere Korrektur sehen würden könnte uns dann für eine mögliche Jahresendtrell eine bessere Ausgangslage bringen weil wir haben dann einfach ein bisschen mehr Weg nach oben aber nichtsdestotrotz wir wollen ja nicht Eventualitäten was kommen könnte traden sondern das was jetzt da ist und das zeigt uns momentan eher so ein bisschen den Weg nach oben wir schauen uns das ganze hier an dieser Stelle auch nochmal im Stunden Chart an sie sehen sie an dieser Stelle wir haben hier die Situation dass wir mit dieser initialen Bewegung hier erst einmal dieses dieses Tief hier rausgenommen hat dieses Korrektur hoch hier rausgenommen haben in diesem Bereich wir hatten ja hier unten das Korrektur Tief das letzte also nicht das Korrektur Tief das Trend Tief das Abwärtstrend Tief der Stunde und dann haben wir hier oben sozusagen dass das Korrektur hoch gehabt das heißt das war dann die Gegenbewegung das ist jetzt erst einmal gebrochen worden und jetzt kommt es halt hier drauf an was der Markt macht interessant ist es dann zu sehen wenn wir hier nach oben laufen das heißt wir hatten hier eine initiale Bewegung wir bekommen jetzt hier eine Korrektur und laufen dann hier oben drüber dann haben wir in der Stunde wieder einen Aufwärtstrend und da ist es dann interessant wirklich zu sehen wo sind denn entsprechende Hochs hier in diesem Stundentrend Verlauf und die liegen dann halt bei den Marken wie sie entsprechend für sie auch markiert habe im Tageschart an dieser Stelle also alles in allem interessante Situation momentan ist noch beides offen aber wir sehen erst einmal dass dieser Schub nach unten beendet wurde und wenn wir jetzt die Stärke finden oben drüber zu laufen ist das natürlich ein gutes Zeichen und untermauert das Long Setup hier entsprechend an dieser Stelle gut also nächster Chart schauen wir uns mal den was haben wir jetzt den Neuseeland Dollar japanischer Yen nehme ich gleich mal direkt rein hier so kleinen Augenblick Neuseeland Dollar japanischer Yen rufe ich gleich mal raus so da ist er hier auch wieder im Tagesschart innerhalb seines übergeordneten Abwärtstrends ich habe es ihnen eingezeichnet hier das ist mal der aktuelle Trendverlauf hier absolut der Abwärtstrend und hier eine interessante Geschichte sie sehen auch schon dass der Markt anfängt unser Szenario hier zu spielen wir hatten hier unten in diesem Bereich dieser dieser Unterstützung um das Tief hier das ist das Bewegungstief um die Marke von ungefähr 72,338 da ist der Markt hier abgeprallt am gestrigen Montag und das eröffnet die Möglichkeit wenn die Kurse steigen eröffnet das die Möglichkeit für einen Rebound das heißt eine leichte Korrektur hier nach oben wie auch immer diese Korrektur läuft aber für das kurzfristige Trading mag das interessant sein weil wir haben wir schon die Möglichkeit schauen sie sich wir haben hier ein paar Tageshochsliegen die wir anlaufen können im kurzfristigen Bereich und das ist dann schon interessant zu sehen weil das uns kurzfristig mal die Möglichkeit eröffnet nach oben zu laufen und von oben dann wieder nach unten zu treten wenn das ganze kommt heißt also hier die nächsten Anlaufpunkte auf der Oberseite wäre erstmal das Tageshoch hier vom 7.9 um die 73.002 und dann haben wir hier oben noch das Tagestief bei 73.665 das wäre dann das Tagestief vom 6.9 entschuldigen das Tageshoch wir sind ja hier auf der Oberseite das wäre das Tageshoch vom 6.9 das sind mal so die Anlaufbereiche und das wäre dann auch erst einmal eine Korrektur von ungefähr 50 Prozent dieser Bewegung hier nach unten das wäre dann auch ein Zeichen wo man sagen kann das ist schon eine tiefere Korrektur der ganze Markt kann hoch korrigieren bis zu hier diesem hoch was wir hier haben bei 75.025 das wäre im Bereich des Machbaren hier auf der Oberseite wo der Markt einfach die Korrektur weit weit ausdehnen können das heißt wir sind hier sehr früh dran müssen aber wissen und das ist extrem wichtig wenn sie das auch traden bitte immer an die Risikoabsicherung denken weil wir sind hier nicht in einem Trend unterwegs das heißt wir traden nicht mit dem Trend sondern wir traden die Korrektur und da kann es immer wieder sehr sehr schnell passieren dass der Markt schnell und reflexartig rumdreht und mit Dynamik wieder in die Trendrichtung läuft das heißt das sind so die Dinge wo man sagt okay man hat hier wenn man den Rebound tradet immer eine gute Möglichkeiten dass der Markt nach oben läuft wir haben ja keine extrem überdehnende Situation gehabt aber die Unterstützung hier um das Tief hat erst einmal gehalten der Markt hat hier unten hier vorne hat er ja auch schon ein paar mal aufgedutzt und es wieder nach oben gedreht das ganze kann jetzt hier auch passieren und sie sehen was da beim letzten mal passiert ist als der Markt hochgelaufen ist da kam schon einiges an Korrektur und ähnliches kann an dieser Stelle natürlich auch wieder mit passieren das heißt auch der Grund dass wir hier an dieser Linie schon wieder rumdrehen zeigt so ein bisschen dass ein klein wenig die Dynamik rausgeht und das hier an dieser Stelle wäre dann die Möglichkeit hier einen Rebound zu traden wenn es denn allerdings doch zum Bruch kommt das heißt wenn der Markt sagt ne ist nicht oder der Rebound fällt nur ganz ganz flach aus dann haben wir hier ganz und gerne die Situation dass wir nach unten laufen können und diesen Bereich hier unten brechen können bricht er dann schauen wir mal in kurz in den Wochenchart schauen sie mal der Widerstandsbereich beziehungsweise die Unterstützung die wir jetzt hier haben die kommt von hier drüben aus dem Jahr 2016 aus dem August 2016 kommen wir hier bricht das ganze unten durch dann haben wir hier die Situation wir haben noch eine weitere Unterstützung auch aus dem Jahr 2016 im Juni da ist der Weg dann dorthin erst einmal offen weil hier unten drunter ist nicht wirklich viel wo man was holen kann das heißt ein Bruch nach unten könnte dann auch die Dynamik nach unten auslösen und hier doch deutlich Bewegung hineinbringen und das sind ja genau die Situationen die wir als Händler brauchen nämlich das damit wir schnell und ja mit zügigem Momentum in unsere Richtung traden können das ist das wo wir gutes Geld als Händler auch im kurzfristigen Bereich verdienen können und damit zum ja dritten paar heute beziehungsweise zur dritten Handelsidee und zwar das hatte ich ja schon avisiert ist der Nikkei und zwar den Nikkei schauen wir uns ja auch wieder im Tagesschat an der Nikkei hier haben wir einen Nikkei 225 da haben wir jetzt hier die Situation dass wir einen Markt haben der hier oben um die Marke von 23.045 Punkten ein Hochbereich gefunden hat ein Widerstandsbereich wo der Markt noch nicht so richtig die Kraft gefunden hat wieder nach oben raus zu laufen ja das sehen wir hier an dieser Stelle wir sehen jetzt hier eine Situation wo wir schon einen Aufwärtstrend gebildet haben das heißt wir sind mal hier über dieses Korrektur hoch drüber gelaufen werden ja die Bewegung die Korrektur das Korrektur hoch nochmal die Bewegung und danach haben wir hier die Situation dass wir zum einen hier an dieser Stelle wo das Kreuz jetzt ist den Aufwärtstrend gebildet haben und dieser Aufwärtstrend hat dann auch dieses hoch und dieses hoch raus genommen ist aber dann direkt wieder nach unten abgeprallt das heißt wir sehen jetzt hier eine tiefe Korrektur und das Opalat das wird ja immer heftiger Wahnsinn das läuft richtig gut an schauen sie mal gestern hier diese Umkehrsignal jetzt sind wir hier wieder über die SMA50 drüber gelaufen und der Markt schiebt richtig schön herum das ist genau das Momentum was wir hier an dieser Stelle sehen wollen das gibt uns jetzt die Chance die Möglichkeit hier oben rein zu traden wir haben jetzt noch ein paar Tageshochs vor uns liegen hier um die 22.700 Punkte Marke beziehungsweise dann hier oben die 22.000 knapp 800 und schauen sie hier oben sind noch ein paar Tageshochs das heißt wenn diese Dynamik positiv am Laufen bleibt dann haben wir gute Chancen oben rein zu laufen und hier über dieses hoch drüber zu laufen und damit dann Stück für Stück wieder in den Bereich dieses Allzeithochs hier um die 24.100 was haben wir hier oben 62 Punkte also 24.160 das ist das hoch wenn sich das ganze Teil fortsetzt das wäre halt auch interessant zu sehen was hier passiert wenn das ganze gebrochen wird hier den Schub nach oben mitzunehmen das ist natürlich sehr sehr schön und sehr sehr interessant entsprechend an dieser Stelle auch anzuschauen deswegen hier heute auch ein guter Blick auf diesen Index weil das ist etwas das macht Spaß das ist hochspannend und die Chance ist wirklich da aus der tiefen Korrektur heraus oben rein zu traden damit habe ich meine drei Handelsbedingungen für den heutigen Tag auch mal durchgesprochen ach so eine Sache noch wir haben jetzt die Oberseite hier nur besprochen natürlich gibt es zur Unterseite auch noch was sollte sich diese Stärke wieder rumdrehen die Korrektur kann noch weiter laufen wir haben hier unten das Tief bei 22.165 das möchte ich einfach nur erwähnen beziehungsweise dann hier unten diesen Support um das aktuelle Trend Tief bei 21.839 und diejenigen von Ihnen die das ganz im kurzfristigen Bereich auch traden interessant ist es immer auch hier die Stunde mit im Blick zu halten weil wir hier natürlich entsprechende Levels sehen schauen sie hier haben wir mal den Abwärtstrend in der Stunde den gesamten Schub nach unten hier in der Stunde mal betrachtet hier ist jetzt alles rausgenommen was vom Prinzip her diesen Trend nach unten ausgemacht hat das heißt wir sind hier durch das letzte Korrektur hoch durchgelaufen hier sehen sie diesen Schub der große Aufwärtstrend hier was heißt groß aber der Aufwärtstrend hier läuft schön nach oben hatte hier eine feine Korrektur hat jetzt hier noch mal ganz kurz diesen Knick gemacht sozusagen ist jetzt an dieser Stelle sehr sehr weit in einer Bewegung und eine Korrektur heraus in diesem Maße wer sich das Ganze hier auch anschaut würde dann hier in diesem Moment aus den fünf Minuten beispielsweise einen feinen Handel aus der Korrektur heraus in den Stundentrend machen und dann schieben sie aus der kleinen Zeit in die Stunde in den Tag hinein alles nach oben und sie sehen die vielen Anlaufpunkte hier 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 das sind alles Levels wo Orders liegen können die den Markt nach oben schieben das heißt die Frage beantworten können wer nach uns kauft und das ist doch hochinteressant und das ist das was dieses Setup in meinen Augen hier so spannend macht also das zu meinen drei heutigen Handelsideen und wir hatten vorhin vom Sascha die Frage bekommen ob ich auch noch mal auf den Bitcoin schauen kann und diesen Chart schauen wir uns natürlich auch gleich noch einmal an wir haben ja hier bei Tickmill auch die Kryptowährungen mit drinnen ich muss jetzt nur mal den Bitcoin raussuchen bitte geben sie mir einen ganz kurzen Augenblick hier haben wir Bitcoin US Dollar hier da haben wir es so papp das war es weg gewesen und wir sehen hier im Bitcoin ich mache auch mal den Tagesschart an dieser Stelle erst mal auf ja erst einmal ein bisschen Unsinn drin kleinen Augenblick so ich mache da mal kurz einen sauberen Chart auf kleinen Augenblick das sehen sie übrigens auch mal wie wir jetzt den Stereo Trader hinein nehmen ich nehme jetzt einfach mal einen neuen Chart also hier nehme ich einfach mal ein neues Chart Fenster und da ist er auch schon drinnen wenn es eine neue Version geht bekommen sie das hier direkt auch angezeigt und diejenigen von Ihnen die diesen Stereo Trader in das System rein nehmen wollen die öffnen sich einfach mal den Navigator Steuerung N zum Beispiel und dann haben sie wenn sie den installiert haben diesen Stereo Trader dann haben sie hier entsprechend bei den Experten den Stereo Trader drinnen da klicken sie drauf ziehen den mit der Maus rein und schon ist er im Chart drinnen wenn sie raus haben wollen einfach hier oben einen Doppelklick drauf und dann können sie ihn auch entsprechend wieder löschen aus dieser Steuerung Doppelklick genau Steuerung und ein Klick oben drauf dann geht es rein und dann wenn sie ihn wieder haben wollen einfach reinziehen das Ganze und dann können sie den Stereo Trader hier ganz normal mit nutzen das an dieser Stelle also so kriegen sie ihn rein in die entsprechenden Charts und hier jetzt der Bitcoin US Dollar wir gucken uns das ganze mal auf Tagesbasis entsprechend an ich mache mal jetzt hier noch ganz kurz die runden Marken raus wir sehen jetzt hier RM bedeutet beispielsweise im Chart Panel die runden Marken die können wir einblenden und auch ausblenden dass diese entsprechend auch raus gehen aber hier sind es irgendwie hängt die Technik hier gerade das Licht aber jetzt wahrscheinlich an meinem System hier von der Seite her ist das möglicherweise schon behoben aber kommen wir mal zum Bitcoin zurück was sehen wir hier an dieser Stelle bitte lassen sie sich nicht täuschen dass hier Neuseeland Dollar Yen steht das ist eine falsche Einblendung entsprechend im Hintergrund hier wahrscheinlich ein Bug oder wie auch immer aber wir lassen uns davon mal nicht stören wir nehmen einfach mal den Yen hier beziehungsweise den Bitcoin US Dollar ich zoome das mal eben noch etwas kleiner dass wir mehr Historie sehen was wir hier an dieser Stelle sehen ist jetzt die Situation wir haben seit langer 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 Zeit haben wir hier unten um diesen Bereich hier rum um die Marke von jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken was das ist um die Marke von naja das sind knapp 6000 haben wir 5900 zu 6000 in diesem Bereich haben wir seit langer langer Zeit eine Unterstützung liegen ich mache das mal eben kurz in grün damit wir das auch als Unterstützung an dieser Stelle sehen können und diese Unterstützung das sehen wir hat bisher immer gehalten hat immer dafür gesorgt dass ein Schub nach oben kommt was jetzt hier an dieser Stelle allerdings auch sehr sehr interessant ist schauen sie mal hier wir haben hier vom Abprall hin immer weniger Weg nach oben das heißt es wird hier möglicherweise wenn man das rein mal aus aus technischer als schadtechnischer Sicht von der technischen Analyse her betrachtet ist das jetzt hier die Situation wo sich hier so ein Teil bildet so und bei diesem Kai verdichtet sich diese ganze Systematik ja immer und immer mehr und sie wissen das mittlerweile ich habe ja schon über viele diverse Handels und beziehungsweise Korrekturmuster auch gesprochen oder Chartmuster gesprochen im Normalfall im Normalfall ist es so dass ein solcher Kerl über die Oberseite verlassen wird und das wäre dann ein Zeichen dafür dass der Markt hier nach oben schiebt so das ist jetzt mal das Bild was wir hier haben es kann natürlich auch genauso gut zum Bruch auf der Unterseite kommen das heißt nur weil man so ein Setup beziehungsweise so ein Szenario im Chart sieht heißt das noch lange nicht dass wir hier einfach jetzt sagen wir haben jetzt hier einen Keil der wird im Normalfall nach oben durchbrochen sondern hier kommt es immer auch so ein bisschen auf die Verortung drauf an und in welchem Chart das ist beziehungsweise was wir für einen Trend haben also es gibt diverse Argumente wo man nie genau sagen kann er bricht jetzt immer nach oben oder er bricht immer nach unten so ein Korrekturmuster was wir hier allerdings sehen um das ganze mal nüchtern zu betrachten ist einfach so dass die das sagen wir mal hier schauen sie sich das mal an hier haben die Käufer ab also hier sind die Käufer wieder reingekommen und haben bis da oben hin gewartet bis die Verkäufer eingesetzt haben und je weiter der Zeitverlauf ist je flacher wird entsprechend diese Konstellation hier und das bringt halt Druck in den Markt und da gibt es jetzt diese zwei Situationen entweder der Markt schiebt hier oben drüber dann haben wir als nächste Anlaufpunkte mal wenn wir das in diesem großen Bild sehen hier diese Bereiche wir haben hier sozusagen ein Hoch da können wir wirklich die Hochs mal nehmen im mittelfristigen Bereich wo der Markt auch ran laufen kann wir haben hier ein Hochbereich und wir haben dann hier ein Bereich wo zwei Hochs relativ nah aneinander liegen das wären dann mal wenn ein Schub über die Oberseite kommt das wären mögliche Anlaufpunkte hier über die Oberseite natürlich darf eins darf man nicht vergessen wir dürfen natürlich nicht vergessen dieses Hoch hier in diesem Bereich das ist mal die eine Seite nach oben hin wenn der Markt die Dynamik nach oben spielt also immer genau hinschauen was der Markt hier macht weil wir haben hier hohe Volatilitäten das ist das eine das zweite was wir haben ist die Situation wenn der Markt nach unten bricht wo kann er denn dann hin laufen und da schauen wir uns auf der Unterseite einfach mal Levels an schauen sie mal wir haben hier ein paar interessante Tagestiefs liegen hier um diesen Bereich die diese sind immer mal wieder Anlaufpunkte aber das ist meistens nur im kurzfristigen Trading dass das beachtet wird also das kann man für das Intraday Trading dann auch relativ gut benutzen was interessante Anlaufpunkte sind sind dann hier solche Bereiche wo der Markt schon mal drüber ausgebrochen ist das heißt hier auf dieser Stelle hier ist der Markt mal ausgebrochen in diesem Bereich dann haben wir hier unten ein Korrektur Tief hier das zeichne ich auch gleich mal mit ein das ist dann auch ein Anlaufbereich wenn der Markt hier unter diese Schwelle drunter läuft aus diesem Aufwärtstrend den wir hier drüben auch haben bzw. hatten er ist ja Geschichte sozusagen dann hier an dieser Stelle wäre das auch ein Anlaufpunkt wo der Markt auf der Unterseite mit anlaufen kann und diejenigen von ihnen die das ganze sich mal so anschauen wollen wir haben ja diese gigantische Hyperbole nach oben gehabt diesen gigantischen Schub nach oben und das ist das was wir jetzt so Stück für Stück auch korrigieren und hier hier kam der initiale Ausbruch und es würde mich auch überhaupt nicht wundern wenn wir in diesen Ausbruch in dieses Ausbruch Niveau reinlaufen würden also es kommt so ein bisschen darauf an wie das ganze jetzt wird aus technischer Sicht heraus gesehen sind das die wichtigen Marken aus meiner aus meiner Warte heraus und es würde mich zwei Sachen überhaupt nicht wundern Nummer eins wenn die Schwäche erhalten bleibt und wir einfach weiter runter schieben das ist das eine die andere Geschichte ist rein technisch gesehen wenn es ein technisches Kaufsignal gäbe dass wir oben drüber schieben über diese über diese Oberseite dann würde es mich auch nicht wundern wenn der Markt wirklich Dynamik aufnimmt und einfach auch mal ein ganzes Stückchen wieder nach oben läuft um das ganze ja wie soll man sagen Stück für Stück zu korrigieren was jetzt hier nach unten kam also beides ist offen in meinen Augen ich könnte mich hier für keine Richtung entscheiden weil wir einfach diese sage ich mal Situation haben wie ich die gerade auch im Tagesschart beschrieben habe dass der Markt hier von oben nach unten drückt aber die Schwankungsbreite immer kleiner wird und das ist einfach eine Situation wo im Normalfall die Oberseite durchlassen durchbrochen wird hin an was sie sehen oder sie wissen ja selbst dass die dass die die Bitcoins an dieser Stelle immer auch an so ein bisschen Nachrichten getrieben sind und das kann hier an dieser Stelle alles auch verändern da wird die Charttechnik total egal so so viel meiner Gedanken zum Thema Bitcoin Sascha ich hoffe es hat ein bisschen geholfen das Bild für dich etwas rund zu machen beziehungsweise mal ein paar meiner Gedanken hier zu hören freut mich immer wenn ich das machen kann ich wünsche jetzt allen Zuschauerinnen und schönen Tag gute Trades ich freue mich schon auf morgen und schauen sie ruhig bei Tickmüll vorbei übrigens auf der WUT ist Tickmüll auch bei ich bin auch dabei können wir uns persönlich kennenlernen mal das ein oder andere Wort miteinander wechseln und hier naja natürlich dann immer wieder morgens zusammen auf die Märkte schauen und das ganze gemeinsam auch traden also dann einen angenehmen Tag gute Trades bis morgen ich freue mich auf sie ihr am excited